Hier wird ein gepflegtes ca. 60 Quadratmeter großes Büro und Geschäftsgebäude zur Miete angeboten. Es befindet sich in Münster. Das verkehrstechnisch gut angebunden Objekt ist ab sofort verfügbar. Das Haus wurde 1980 erbaut. Beheizt wird das Objekt über eine Gaszentralheizung. Die Mietkosten dieser Immobilie erhalten Sie auf Anfrage. Die Nebenkosten belaufen sich auf 110 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren.